... LOLL! ZWEI! Wo kommt der zweite denn her? Oh, verdoppelt die sich! mein Inventor, mein Alchemie-Sack ist schon wieder voll ne das ist ja alles keine Herausforderungen mehr, wir haben die Gruft gecleared, alles kein Problem, gar keinen haben wir ebenfalls erledigt, schade es gab keine Trophäe dafür, naja, sei es drum, können wir raus hier haben wir die Gruft endlich erledigt, jetzt könnten wir Alvin retten oder wir können jetzt mal nach den Verschlingern schauen, ob wir zehn Stück zusammen kriegen, da haben wir die Quest auch erledigt, wo wir schon mal hier sind müssen wir halt nur Fischlinger finden außerdem brauchen wir neue Alraunenwurzeln die ja sehr einfacherweise irgendwie weiß ich auch nicht warum verschwendet haben, den Gräbern ist nichts mehr ne weiß nicht warum das nicht geklappt hat, vielleicht mussten wir wirklich erst da sein, aber wäre auch merkwürdig ich habe die damals angezündet, meine ich da hinten sind Erscheinungen wie waren wie waren wie waren wie die auch alle drei direkt kommen nein zu spät nein zu spät ich habe ich habe ich habe anderen bei den einen weit zu spät da nur noch ein muss sie erst hüten und dann hätte ich die alron würzen wahrscheinlich machen wir das immer so einfach und schneller die wäsche 1 ist das wo haben wir die anderen alles klar ich bin noch mal weg probieren wir noch mal was anderes wenn wir auch noch die alronen wurzeln haben geht doch wird das für ein geräusch die sind immer noch da dachte ich hätte die abgehangen und jetzt zwei verschläger große klasse ich sehe da hinten die erscheinung noch ich sehe da hinten die erscheinung noch ich bin mir aber nicht sicher ob er kommt oder nicht aber ich brauche ja die schlinger brauche ich ja haben wir jetzt fünf stück ne brauchen wir noch fünf stück fünf weitere wenn ich mir die sache voll ich bin erschrocken ich bin erschrocken ich kann mal was essen damit ich ein bisschen was leben regenerieren kann ist das die bestie anhängert wow was ne melodie die ist die Oh leid, die Walfe. Oh, ist runtergerutscht. Ernsthaft? Sehnen. Die guten alten Sehnen. Ich freue mich nicht mehr, waren wir ja gerade. Noch vier Verschlinger. Hier möchte ich nicht hin, da kommen wir wieder zu den Erscheinungen. Da müssen wir später machen, wenn wir die allraunen Wurzeln haben. Die Bestie könnten wir machen, wir könnten endlich mal zu Alvin gehen. Die Bestie sind vielleicht gar nicht hier, sondern wirklich am Seewald-Wurzel-Dings ums Kirchen. Das stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Hier ist der kleine Bauernhof war das, ne? Nicht davor in der Map, das ist natürlich blöd gemacht worden. Kleiner Bauernhof war das. Sind lauter Vivern? Oh, große Vivern sind hier auch. Die Bestie sind hier auch gar nicht mehr, weil wir noch gar nicht mehr, 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 gar nicht mehr. Die Bestie sind hier auch gar nicht mehr, 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 gar nicht mehr Wir haben den Königs wie ein Gangst-Life ganz leicht gesehen. Easy going erledigt. Mal gucken, ob er vielleicht eine Trophäe für uns hat. Ich denke nicht, aber probieren kann man ja mal. Natürlich genau da gestorben, wo der große war. Ah ja, wir haben beide. So, durchgang zum Dorf, durchgang zum Seeufer. Durchgang zum Seeufer, glaube ich. Würde ich mal hinten gehen. Wird auch so lange am Tag. Ich weiß nicht, ob wir... ...wür noch Verschlinger finden. Ein Traum wäre es, aber ich glaube nicht. Schöne Kampfmusik hier. Loll, wie nah der ist. Komm mal, Ruhe hier endlich. Kein Platz mehr für weiße Mütte. Kein Platz mehr. Komm, wir gehen zum Dorf. Und daraus können wir auch, äh, sicher noch zum Seeufer. Und wir können vielleicht, äh... ...der Schenkwirt entsprechen. Bisschen Krempel mal loswerden. Das wäre echt gut. Außerdem kommen wir... ...nurzermarkung. Der erste von Ruinen eingestützt. Außerdem können wir auch von... ...so... ...kommen wir auch hierhin. Dann dorthin. Hier und da und dorthin. Ab ins Gasthaus. Also... Keiner sind heiße nur. Äh, boah, was verkaufen wir denn jetzt? Käse. Birnen. Bierwarnfleisch. Bringt echt viel. Vorbrüst. Hähnchenkeule und Schweinefleisch. Hähnchenkeule und Schweinefleisch. Wenn wir hier eins sammeln, wir neue. Verkaufen wir einfach mal 10. Wie wenn Alfa kaufen war. Blomanty-Tour. Und die, äh... Ja, die sparen wir mal einfach einmal. Da scheint noch nicht so viel los zu sein hier, ne? Ja. Ich würde eigentlich mit Julian sprechen. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Hämst ihr oder seht ihr zu? Der ist immer noch am schlafen. Alles klar. Geh halt! Geh halt! Und wer ist? Jetzt müssen wir einmal zu Abigail. Was wollt ihr? So, äh... So, äh... Bestienleber. Flügelmembran. Die verkaufen wir jetzt einfach mal. Kriegen wir bestimmt neue. Zementorenkäfer. Genauso wie, äh... Graweilknochen. Kriegen wir, können wir alles selbst neu sammeln. 33 mon-monstruositäten-Nymphen. Ab dafür. Äh... Gut, ja, neuschuppeln. Giftdrüsen. Weg. 1,6 für 1,2 Stück. Blutsaugerblut. Glaub, hier gibt's keine Blutsauger. Dann kommen wir mal damit ohne aus. Boxin. Ansonsten kann man ja, heterisch gesehen, alles wieder zurückkaufen. Ikimoren-Klauen. Wo waren denn die Alpfangzähne? Können wir auch neu sammeln. 75 Ohres. Nice. Bestienfangzahn. Komm, ein, behalten wir mal. Nachsäure. Archespor-Saft. Können wir vielleicht als Trank verwenden. Alkohol-Mark. Trinken wir immer wieder. Doxin eigentlich auch. Wir brauchen auch keine Trinke machen im Moment. Deswegen können wir eigentlich sehr viel verkaufen. Ja. Wettererfangszähne. 50. Reuspilz. 12. Wölfel. Geht ja noch. Aber wir haben hier nochmal 10. 10 behalten die einfach mal. Obwohl. Wölfel. Wölfel. Gibt es auch hier am Mass. On Mass. Auch weg damit. Guck mal. Jetzt haben wir schon wieder einiges aufgeräumt. Das haben wir schon gelesen. Danke Abigail. Ja, leg du, leg du dich, Mensch schlafen. Alles klar. Gar kein Problem. So, dann. Äh. Reste von Ruinen. Wir folgen einfach dem Weg. Ja. Würde ich sagen. Wir folgen einfach den Weg und wo wir hin gehen 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 wir hin. Das war's für heute. Neue Region wird betreten, Hügel. Schauen wir mal, was da unten ist. Wir haben wieder Platz für weiße Mittel, brauchen wir natürlich für Tränke. Zaunrübenwurzel. Hab noch nicht gesehen. Vorher gehabt. Vielleicht noch einen mehr. Sonst ist ich eigentlich eher wenig. Wenig los. Straße zur Brücke. Plus Barplatz. Na ja, da schauen wir jetzt vorbei. Dann eingestützte Brücke. Und die Reste von den Ruinen. Also, sie soll ja hier auch irgendwas verloren haben. Weiß nicht, ob wir das hier finden können. Oder? So ein Loch, ne? Oh. Wie war das denn nochmal? Ah, genau. Ich muss erst hier auf der Schwarz-Balbeninsel die ertrunkenen erledigen, damit der Anführer kommt, der das Medaillon an sich genommen hat. Genau. So war das. Dann können wir zur eingestützten Brücke gehen. Ich glaube, hier können wir auch nichts machen im Moment. Hier ist ein Tausendfüßler. What?